So, willkommen zurück zu The Walking Dead. Was wäre ein Tag ohne einen Teil The Walking Dead? Ja, wir haben jetzt ja ein bisschen Hinweise bekommen, was wir machen sollten mit der Clementine, dass sie auch mal sich selbst verteidigen kann. Erstmal schauen wir uns hier noch ein bisschen um, reden noch ein bisschen und dann schauen wir mal, was die Clementine dazu zu sagen. Normalerweise ist es hier immer recht rational. Ja. Versteht auch die Sachen, die man normalerweise als, keine Ahnung, wie sie, wie alt sie ist, zehn Jahre oder so, weil das Mädchen nicht so versteht. Ja, willst du noch einen Bogen bekommen? Es ist noch der beste Plan. Ja. Es ist der beste Plan. Hey. Ja. Sind es hier noch keine Karten? Ich weiß nicht. Ich möchte nur einen mit Clem schauchen, wenn sie eine Lande hat, once we get to Savannah kommen. Da ist doch eine Karte. Lass mich halt vorbei. Steuerungspunkt. Ich bin glücklich genug, dass sie einmal zu arbeiten bekommen. Ja, das stimmt wohl. Na gut. Na, wer ist denn hier so Depri? Hey, Ben. Hey. Ich bin glücklich genug, wenn ich mich verletze. Ja, vielleicht. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ja. Du, ich und Kenny. Clementine. Der Homeleste ist, wenn er sich um. Wir sind alle Homeleste. Du weißt, was ich meine. Es hat nicht viel Spaß in den Menschen beschreiben, von wer sie waren. Ja, ich glaube nicht. Ich sehe dich. Ja. Na gut. So, erstmal die Flasche Wein. Whisky. Das ist ein 5er Whisky. Du trinkst viel länger. Ich sehe dich. Ja. Ja, ich weiß aber auch, wenn ich mir so jemand im Gespräch drücken würde. Ich habe das gefunden. Ich wusste nicht, dass ich es gab. Danke. Willst du eine Nipp? Nein, ich bin gut. Du schaust dir selbst. Hm. Einige, die da in dir wollen, möchte ich einen Drink mit dir wissen? Ja. Ich kann auch. Ja. Kann ich mir das doch bestimmt besorgen. Ich wusste doch. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Wusste nicht. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Das ging aber schnell. So, willst du auch noch einen Schlucken? Tja, ich könnte es den ganzen Tag lang machen. So, jetzt aber. Was haben wir denn hier? Es gibt ein paar Schrauben in Chuck's Back. So lange Haare hat er doch gar nicht. Hey, Clint. Habt ihr mit ihm gesprochen? Ich habe. Er hat so lange Haare. Er hat sich selbst beschrieben und hat einige gute Punkte gemacht. Schau. Wir lassen nicht alles schlecht passieren. Aber es gibt auch keine Überzeugungen, die wir müssen nehmen. Okay. Ja, das macht Sinn. Keine Worte, mein Lieber. Okay. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Na ja, wir müssen ein Plan für wenn wir nach Savannah kommen. Wir lernen dir, wie sich selbst beschädigen. Und, äh, ein bisschen schrauben. So, dass du nicht so gut getrennt. So, dass du nicht so gut getrennt. Ich würde das gerne. Gut. So. 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 Soh. So. 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 Klapp. Jetzt ständig. Zum Glück haben wir so viele Flaschen hier. So, was war das? Nach links? Ein bisschen weiter nach oben. Ich habe es geschafft! Ja, du hast es geschafft. Guten Job! Ich hatte meine Brot und die Schraube nicht so viel schenken. Siehst du? Du hast es gut gemacht. Sie sind nicht Walkers, aber... Nein, weit weg von ihnen. Aber du wirst wissen, wie diese Dinge jetzt funktionieren. Wir werden dich als Walkers zu einem Tag. Okay, ich fühle mich sehr gut. Nicht so schrecklich, oder? Nuh-uh. Okay. So. Gibt es noch irgendwas? Es ist nicht sicher. Das ist nicht schön. Was? Du sagst, es schmeckt? Nein. Weil es so schrecklich macht. Das ist nicht so. Es ist nicht so. Du weißt, wenn Andy St. John ihn erhebte? Und ich bin nervös. Ja. Das könnte wieder passieren. Und wenn es ein Walkers ist... Wir müssen es schreien. Es ist nur ein schreien, oder? Ich muss es kurz kurz kreieren, damit es nicht erhebte. Okay. Ach, was soll denn jetzt passieren, wenn ich warte? Wenn dann einfach... Hm. Wenn dann einfach der ganze Dialog irgendwann später nochmal kommt. Ja, versuchen wir's mal. Du weißt, wir müssen das nicht sofort machen. Okay, gut. Dann machen wir das irgendwann später. Ja? Wie geht's dir denn? Ich bin... Sie. Oh, super. Na gut, dann müssen wir's doch jetzt machen. Ich spreche ihn jetzt nicht nochmal an. Ja, erstmal noch mit dir reden. Meine Hände schreien und meine Oren haben in ihnen einen Geräusch. Wie... Er wird ihn verwendet. Was denkst du über Chuck? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Er könnte auch ein guter Mann sein. Du denkst? Wir halten ihn über ihn. Er hat wahrscheinlich ziemlich schwer gehabt. Was ein schrecklicher Tag. Der schrecklichste. Ich weiß nicht, was du sehen würdest. Ich weiß nicht, ob ich dich mit mir hätte. Ich könnte wahrscheinlich aus dem Essen. Ich könnte wahrscheinlich aus dem Essen ausziehen. Du hast wohl knappe starved mit mir. Ich bin glücklich, dass ich mit dir kam. Ich bin glücklich, dass ich mit dir kam. Ich bin glücklich, dass wir das dann machen. Ich glaube nicht. Ich bin glücklich, dass ich mit dir kam. Wenn ich keine Wahl habe. Wenn ich keine Wahl habe. Wenn ich keine Wahl habe. So. nicht. So. Du hast jemanden zu töten. Ja. Ich bin glücklich, dass du mich auf einmal sagst. Ich bin glücklich, dass du mir gesagt hast. Ich bin glücklich. Du hast jetzt viele Dinge zu töten. Es ist nicht wichtig. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Es gibt nichts zu tun. Es gibt nichts. Schaufe dir nicht. Es gibt nichts. Das tut mir leid. Es tut mir leid. Aber du musst. Hier, ich habe ein paar Haare. Du hast es? Ja, Lilly hat sie mir zu schlafen gegeben. Sie sind alle bereit. Sieht es schade aus? Nein, du siehst lustig. Und viel schwerer zu holen. Ja, natürlich ist sie sicherer. Sie ist unglücklich. Sorry about your hair. I think it looks cute though. My mom is going to like it. I need to look around for a few things that will make sure we're prepared when we get to Savannah. That would be good. I hope it's safe there. God, me too. Dann schauen wir uns doch mal um. Da wird's wohl nix mehr geben. Ja. Blut haben wir schon angesehen. Ja. 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 Wenn ihr das wenn mit einer Sekunde zurück könnt. Dann ist es gut. Ich sage es Lackf nasture. Die ist es hin und herlaufen Na Junge Junge, ehrlich? Moment Ey, stopp den Zug Es ist alles meine Schuld Was für? Warum würdest du das tun? Sie sagten, dass sie meinen Freund hatten Dass er mit ihnen war Nachdem ich herausgefunden habe, dass sie nicht, dass es zu früh war Sie sagten, dass sie mich töten würden Sie alle uns töten Ich bin sorry Also du bist verantwortlich, dass mein Schwarm quasi jetzt getötet wurde Oh man Oh man, Junge Ich weiß nicht, ob das so Hey, Cliff Hi Ja, ohne Konsequenzen bleibt Ich möchte sprechen über Savannah Me, auch Und was wir werden da, wenn wir da sind Wir wissen, was zu erwarten Die Stadt könnte schlecht sein oder völlig unter Kontrolle Die Sache ist Du und ich, wir sind ein Team, you know Und ein Team braucht ein Plan Aside von allen anderen Wenn dieses Train stopt Du und ich sollten genau wissen, was wir machen Ein Plan Ich mag es Gut Ich denke, wir sollten deine Eltern suchen Wirklich? Ja, du musst wissen, ob sie okay sind Ich hoffe, sie sind nicht Ich bin sicher, dass sie okay sind Ja, es ist besser, dass sie positiv bleiben Das ist, was mein Vater immer sagt Mal schauen wir die Karte Wenn wir herausfinden, wo sie waren Wir können starten da Looks like wir kommen Right through town If there's nothing on the tracks To hold us up We've got a good chunk Of Savannah here What do you think? They always stay in the same place When they go there It's, uh Hmm Hey, don't worry We'll figure it out Have you ever been there? Once Well, think about it A lot of hotels on here But read this map And maybe it'll jog your memory They've got really tasty desserts It's called the M M Um, something Mar Is this it? The Marsh House? Yes, that's it! So we'll head there Yes! You think we have a good plan? I think it's very good Can I tell my parents? You know Sure, go ahead Alright How do you feel? Good Better I'm glad we have a plan And you're a good little shit Thanks I guess we should see how far Oh shit Hold on everybody That's a good thing Yeah, hoping for you to go to Jersey Oh shit Fuck, 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 fuck! Vielleicht können wir gehen? Das ist fucking dumm, Bill. Ich bin nur sagen. Ich weiß nicht. Oh, ich habe nicht viel Erfahrung mit euch, aber wir können wahrscheinlich mit das. Wir haben eine ganze Zeit. Das Ding ist nicht voll von Milch, Charles. Das ist Gas oder Diesel. Das ist etwas, was zu explodieren. Du musst dich ansehen. Das ist ein Crew hier. Das ist ein Scheiß. Das? Yo, wenn du immer so schreitst, dann wird dein Gesicht geschehen. Das ist ein Problem. Denn wir können einfach weitergehen. Nein, wir sind Freundlich. Put deine Hand auf, kid. Das ist alles, was jeder sagt. Wir wissen. Wir machen uns einen Geist. Wir sehen uns. Du hast ein Problem mit dem Train? Ja, du bist in der Mitte. Dude, es ist ein Rack. Es ist nicht so schlecht von hier. Schreibe deinen Freund an, um zu sehen. Alles, was nach hinten geht. Wir lassen sie weg. Wir werden hier sein. Na? Ah, hier. Wenn ich da hinbekommen bin, sollten Sie nicht beurteilen oder fieberen. Ich glaube, Sie müssen wissen. Ein Grupp von Leute ist das, was wir brauchen. Sie sind das, was wir brauchen. Wir machen gut. Für jetzt. Was ist das, wenn... Stop es. Hey, Mann. Ich bin Omid. Lee. Krista. Was ist das Problem mit dem Auto? Wir fahren. Oh, Mann. Sie wollen uns helfen? Wir können ein paar Abelbodies nutzen. Wir brauchen wirklich ein paar Hilfe. Was ist das? Oh, Mann. Gott, ihr habt ein Kind. Was machst du hier? Wie lange ich habe, seit ich ein Kind gesehen habe? Was ist dein Name? Clementine. Oh, also er wird zu sagen. Oh, das ist toll. Warte! Siehst du? Dinge schauen sich an. Du bist nicht ihr Vater. Ist er da da da? Ist das klar? Für mich? Und nein. Er ist nicht da da da. Hm. Was ist deine Geschichte? Wir versuchen nur das zum Überleben. Hopp. Sind wir ehrlich. Ich bin bei der Flumentine alleine. Ich bin bei Flumentine alleine alleine. Am ersten Tag, das alles passiert. Ich war eigentlich verabschiedet. Ich war wirklich verabschiedet. Du hast mir eine Prise-Tats? Oh, ja. Ich habe es nicht so weit gemacht. Und alle da unten? Sie sind cool? Kenny hat seine Frau und seine Kindheit verloren. Mann. Wie lange ist es? Wie lange ist es? Ich weiß nicht. 4 Uhr? Vielleicht zwei Stunden vor. Gott, Mann. Wir sind sorry für alles, was passiert. Die Tatsache ist großartig, doch. A Tank ist dein echtes Problem. Wir helfen dir. Aber wenn wir sehen, was wir nicht mögen, wir gehen über die Straße. Allein. Wir begrüßen die Hilfe. Wir können nur durch die Hilfe, ich glaube. Wenn wir es unterhalten, das Rest wäre wahrscheinlich ziemlich einfach. Wir beginnen dort. Wir kommen nach unten, und sehen, ob wir helfen können. Es ist öfter. Wir haben wahrscheinlich den Weg mit dem Van schon lange gehabt. Wir kommen nach unten, Das ist ungefähr das einzige sehr sinnvolle, was du hier gemacht hast. Ja, ja. Soll ich mir den Käfig anschauen? Ja, komm. Das ist was ich dachte. Das ist was ich dachte. Glück gehabt. Huh. So, was gibt's noch hier? So, was gibt's noch hier? Ja. Ja, schau doch. Das ist Omeet und Krista. Nicht großartig auf welcomes. Wie gesagt, wir könnten einige gute Leute nutzen. Wir wollten nur sagen Sie, und sagen Sie, dass Ihr train ist ziemlich cool. Aber wir sind nicht für Charity. Wir könnten Sie helfen, doch. Vielleicht. Der Plan ist zu cutten dieser Tanker und bleiben uns auf unsere Weg. Seems like Plan genug für mich. Willst du in die Tanker beginnen? Ich werde die Mädchen für einen Moment kennen. Wenn Sie nicht meinen. Dann warum nicht ich Ihnen zeigen kann, wie das Ding funktioniert. In case etwas passiert. Really, Kind? Es ist wahrscheinlich für das Beste. Sieht doch wirklich krank aus. Sieht doch auch in dieser Station. Sieht doch großartig. Lass uns das Ding machen. Gut. Gibt es noch irgendwas hier? Ich bin glücklich, dass jemand das Geheimnis hat. Ich bin glücklich, dass jemand das Geheimnis hat. Ich bin glücklich, wenn die Kerne getan hat. Das war wirklich, wenn ich nicht so vielmehr schreienes. Das würde keine Idee, wenn ich mir wieder campushöre kann. Das würde machen nur ein helles Feuerball. Wenn wir versuchen, das zu fliegen, wenn ich ja noch ein Blasthruch immer wiederumflife. Ja gut, sollen wir jetzt noch mal benutzen? Es gibt keinen Weg, dass ich da nichts entfernt habe. Im nächsten Teil sehen wir dann, wie wir den Anhänger da irgendwie wegkriegen. Also, bis zum nächsten Mal.